Ich bin gerade mit dem Hund und hab da hinten zehn Hasen entdeckt, die da so rumchillen. Voll geil. Aber Bella interessiert das noch nicht. Noch nicht. Mal gucken, ob sie gleich wegrennen werden. Alter, da hinten sind auch noch tausend Stück. Das gibt's doch gar nicht. Das ist krank. Und die lassen sich auch nicht stören irgendwie. Naja, stören wir sie auch nicht weiter. Adios Amigos Muchachos.